Stellt euch vor, ihr seid auf einer Feier, von einer Familienfeier und eure ganze Familie hat gekocht und ihr habt übel Hunger. Ihr habt keine Wahl, außer ein Gericht auszuwählen und dieses Gericht zu essen im Kontext von parlamentarischer Politik. Ihr geht also auf diese Feier und das erste Gericht ist eine köstliche Suljanka von eurer Tante. Ihr denkt, hm, okay, denke ich drüber nach. Dann hat euer Onkel aber ein Chili con carne gemacht. Okay, denke ich drüber nach. Dann hat euer verstrahlter Cousin einen Mettigel gemacht, der aussieht wie eine riesige Kackwurst und die so lange draus stehen lassen, dass sie außen braun wird. Und ihr denkt eher so, boah, eher nicht. Dann hat euer Vater noch einen Salat mitgebracht. Köstlich sieht der aus, mit ein bisschen Feta drin und so, keine Ahnung. Und eure Mutter macht einen Kartoffelauflauf. Und Politik ist folgende Entscheidung. Bei der Politik und bei der Wahl einer Partei geht es darum, mit was für einem Gericht, was nicht findest du am geilsten, sondern mit was kannst du am meisten leben. Du findest vielleicht, vielleicht ist jedes Gericht für dich das geilste. Du findest jedes Gericht irgendwie scheiße. Also zumindest zu irgendeinem Teil. Eins ist zu viel Salz, eins hat zu viel Pfeffer, eins ist ein bisschen zu scharf, eins hat ein bisschen zu wenig Schärfe. Aber du entscheidest anhand des Gerichtes, was dir wohl am besten passt. Also entscheidest du dich für den Kartoffelauflauf. Oder du entscheidest dich für den Salat. Oder du entscheidest dich für das Chili con carne. Je nachdem, was dir am besten passt. Aber nur, weil du was gegen den Salat hast und gegen den Kartoffelauflauf, isst du doch nicht die braune Kackwurst von deinem Cousin. Versteht ihr, was ich meine? Du wählst einfach die Partei, mit der du, nicht um irgendwen zu bestrafen, nur weil der Cousin deine Tante nicht leiden kann, isst du doch nicht die braune Kackwurst, Digga. Bist du bescheuert? Du entscheidest dich im Konsens für das Chili, für den Kartoffelauflauf oder für den Salat. Aber du isst doch nicht den abgelaufenen Scheiß, den dein irrer Cousin, der sich die Hände nicht wäscht, vorschlägt. Hä? Das ist doch Schwachsinn. Und so ist Politik auch. So ist Politik auch. Du entscheidest dich für das Gericht, nicht um irgendwen zu bestrafen, sondern was du aufnimmst für dich selbst und sagst, das ist vielleicht nicht das Beste, was ich haben kann. Nein, aber es wird mich über den Tag bringen. Und es ist okay. So. Ja? Bei Politik geht es nicht darum, dass du das finden musst, was dir zu 100% in deinem Kopf eins zu eins mit deiner Theorie übereinstimmt. Es geht nicht darum. Das kannst du gar nicht. Wenn du das erwartest, wirst du immer scheitern. Du wirst immer hoffnungslos sein. Bei Politik geht es darum, dass du damit, dass du eine Partei findest, die zum großen Teil, zum großen Teil mit den Werten, die du hast, übereinstimmst. Und dass sie im besten Fall nicht rechtsextrem ist. Und da entscheidet man sich vielleicht oftmals nach dem geringeren Übel. Vielleicht macht man auch den Wahl-O-Mat-Sachen und sagt, hey, das ist für mich die Option, die halt mehr Sinn macht. Du musst mit Kompromissen arbeiten. Man muss mit Kompromissen arbeiten. Und so könnt ihr an die ganze Sache viel ... Also mir hat das geholfen im Umgang damit. Mir hat das geholfen im Umgang damit. Du kannst halt einfach ein Gericht auswählen. Vielleicht schmeckt es dir nicht so gut. Vielleicht hast du nicht 100% davon hier. Aber es ist zumindest keine braune Kackwurst. Nur um deiner Tante zu zeigen, dass die scheiße ist oder so, weil sie den Cousin nicht leiten kann. Ihr versteht. Ich hoffe, es kommt an, was ich damit sagen will. Ich hoffe, es kommt an, was ich damit sagen will. Und das ist etwas, was ich eigentlich ... Das ist, was ich auch mache. Das ist, was jeder machen sollte. Das ist einfach was ... Mit dieser Voraussetzung geht man einfach in politische Entscheidungen, um zu sagen, hey, Digga. Das ist für mich wirklich nicht das 100% Richtigste. Und ich habe auch andere Takes bei dem und bei dem und bei dem. Aber irgendwo entscheide ich mich dann halt doch für sie. Das war alles, was ich sagen wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.